Hallo, wir sind die Paulette. Unsere Lachen-Extraktion ist das Candelette genannt. Wir haben insgesamt 35 Ehepaare. Es ist Wahnsinn, was das für eine Dynamik hat und wir sind sehr dankbar, das mitmachen zu dürfen. Wir haben vor ein paar Monaten einfach die Gedanken gehabt und haben einfach ein paar Leute angefragt. Und es ist der Wahnsinn, wie viele Leute sich eingeklinkt haben und das einfach zu ihrem Projekt mitgemacht haben, dass wir ein Gemeinschaftsprojekt haben. Und es ist einfach der Oberhammer, wie das hier abläuft und wir sind begeistert einfach von der Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017